Willst du das ausmachen damit? Richtig der Feuer? Hey Kinders, willkommen zu Reddit Livestream Fail. Los geht's. Wir hören uns mal sein Review an. He's not impressed. Scam. Was haben wir denn da? Ihr wollt auch ein Downsatz des Spielers, dieses Dingens? Oh, ein Huhn. Ein Hahn. Ah, kack. Genau das. Würde mir ständig passieren. Oh, weniger als ein Jahr vorhin. Er sagte etwas rutsches. All right, endlich hat er etwas rutsches. Er sagte etwas rutsches, was ich vermute, ist wahrscheinlich nichts. Er wird gut. Jeder hat eine zweite Chance, sogar ich. Ich glaube, ich habe einen. Könnte das sein? Du hast nur zwei Messungen in meinem Chat und eine von ihnen war eine permanenten Bande. Es war so schlecht. Warum werden bei uns Leute gebannt? Wenn sie so oft nach E-Bubes fragen, na klar. Ja gut, da würde ich aufbannen. Gott, das Film, was machen die? Warum fackeln die in den Ding ab? Die ganzen Karton. Was macht man jetzt? Was ist denn das? Will er das ausmachen damit? Richtig, der Feuer? Meine Blätter. Meine Notizen. Vielleicht ist das irgendein Mini-Feuerlöscher. Da unten steht es doch. Was ist denn das? Einfach, äh, It's air in a can. Damit das Feuer anpusten wollen wir nicht aus, aber... Since Penises have a hat, is it easier to, like, chop the hat off, or to, like, cut it in the middle? Since Penises have a hat... Ö, Oblivion! Eines vom brechtes Spiele wählt her! Why won't you die? What have you done? Protect and serve. Protect and serve! My brother and I are gonna change gender. I'm gonna become a girl. My brother and I are gonna change gender. I'm gonna become a girl. Gut, gut. Ah, das ist das mit dem Geklopfe. Das habt ihr mir letztens erst geschickt, ihr Gauna. Genau das Video. Oh, mein Gott, das ist so gut. Ach, dann, jetzt fällt sie wahrscheinlich um. I gotta fucking go. Jetzt geht's ja an die Tür. Wahnsinn. Ah, essende Leute. Bitte. Hat sie gar nicht gemerkt. So, was geht ab? You gotta really love the music, to make it worth it, to spend it on our artist. Ziemlich tight angezogen. Was? Hab ich da gehört? Jetzt... Und jetzt... Wenn man es nicht erwartet hat, wir gehen nahe. Hahahaha! Hahahaha! Damit werden sie nicht rechnen. BOOM! Nice! Alright, bah... Damn, girl! Ja, look at the fucking turd cutter on this one! Hit that shit like a bong hit. Just... No, I'm sorry. Okay. Nice to meet you. How does it feel? Oh. Delicious. Eh. Hahahaha! 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 Kennt ihr das? Man braucht ein bisschen Hintergrundwissen dazu, einen Moment. Does it feel good? Ah. Das ist schon ziemlich gut getroffen, oder? Eh. Na, okay. Ja. Ups, du lösst nicht. Nein! Stop looking at your sister's boob, you freaking weirdo. Oh. Oh, Anita! Schön wieder, Sidi. Ist ja ständig dabei. We gotta get out of here! One, two, three! Ah! Hä? Hä, was? Wait, what just happened? Hehehehe. Das Spiel war nicht gestinkt. Das Spiel war nicht gestinkt! We gotta get out of here! Ah! One, two, three! Schon wieder so ein Griller. Wer grillt denn live? Ich mein, sowas ist natürlich an sich schon eine coole Sache. Oh, nö! Ah! I don't know! I don't know! I don't know! I don't know! Übrigens sehr geile Aussicht da hinten, ne? Ach, guck mal da der Doktor! Oh, der hat doch immer was zu wichtiges! Am Stiesel! Der hat ihm jetzt aber gerade eben ordentlich gegeben, ne? Was macht der denn? Ach, er schiebt grad die Schilder wieder da rein, ne? Diese Verstärkung! Der Doktor, der kann's halt einfach! Das ist ein Profisniper! So weit zu Reddit! Gerne wieder! Ich guck auch mal, dass ich uns so ein Subreddit mache und wieder so ein bisschen rumhusteln können! Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im nächsten Video und im Livestream am 18 Uhr! Vielen Dank fürs Zusehen! Vielen Dank für die Likes und Dankeschön für die Kommentare! Bye, bye! Ciao! Ciao!